Oh mein Gott, ich glaube, ich habe hier einen Terroristen-VW-Bulli. Naja, keinen echten Terroristen-Bulli, aber eine knallharte Kopie vom Lego-Set 10-2-2-0, dem Volkswagen T1-Campingbus. Und schaut mal, geht ja schon mal gut los hier. Ach, der erste Lippenstein ist schon gebrochen. Dieser runde Transparentstein hier beim Draufstecken einfach durchgebrochen. Äh, naja, ich hoffe, das ist hier ein Einzelfall und der weitere Bau geht besser voran. Denn wir haben noch einiges zu bauen. 1334 Teile sind das hier insgesamt. Und die ersten habe ich zusammengesteckt. Das ist das Heck vom Bulli. Und hier kommt später mal der Motor rein. So ein paar Schläuche haben wir schon angeschlossen. Und ja, es geht schon mal richtig voran. Wo es auch richtig voran geht, allerdings nach hinten, ist beim Preis. Ist original bei Lego UVP. Kostet der hier runde 100 Euro, also 99,99 Euro. Und ihr könnt den bei Lippen, wo ich den gekauft habe, für etwa 35 Euro schon bekommen. Ja, macht doch schon mal einen deutlichen Unterschied. Und auch so ein paar zusammengesteckte Teile machen einen Unterschied, nämlich einen Motor. Ist mal wieder faszinierend, wie aus so ein paar zusammengesteckten Technik-Teilen mal hier ein Gummibändchen dran. Und schon kann man einen Motor erkennen. Man muss einfach einen Motor erkennen, denn er sieht genauso aus. Als nächstes wird hier schon mal das Chassis zusammengebaut mit den wunderschönen Fliesen. Ich liebe ja so eine Schwarz-Weiß-Optik hier von den Bodenfliesen. Ist einfach toll retro. Und so wurde das jetzt auch schon hier verlegt im Innenraum des VW Bulli. Hat alles gut gepasst. Bisher noch keine Fehlteile. Und dann können wir auch direkt weitermachen, denn der bekommt eine richtig schöne Inneneinrichtung verpasst. Muss ja gemütlich werden. Auf der Unterseite, ja, unspektakulär, aber sehr stabil gebaut. Kann man nicht meckern. Deswegen gehen wir direkt mal nach hinten nochmal durch. Dann sehen wir hier die Stoßstange, die wir verbaut haben mit diesen schönen Rundungen. Und ja, der Auspuff, der darf natürlich auch nicht fehlen. Nicht viel PS, aber trotzdem kommt ein bisschen was hinten raus. Ganz simpel gelöst. Das Original-Set ist ja ein Set aus der Creator-Serie. Deswegen hier kaum Technik. Wir bauen mit normalen, regulären Steinen. Und das macht richtig toll Spaß. Schaut mal her, was wir jetzt hier schon fertig haben. Eine ganze Menge vom Heck. Da hinten haben wir schon die Aufnahmen gesehen für die Rücksitze. Und das Heck ist schon richtig fertig. Inklusive Nummernschild. Sehr schön. Und ja, wir können auch, ich wollte schon fast sagen, den Kofferraum aufmachen. Aber da fliegt schon wieder ein Teil ab. Na, das ist natürlich der Motorraum. Und da sehen wir dann den komplett verbauten Motor. Habe ich euch vorhin ja schon gezeigt. Und auch die Rücklichter, muss ich sagen, sind richtig schön geworden. Das hier ist ein sehr, sehr schnuckeliges, schönes, kleines Set mit vielen Details. Das einfach Spaß macht beim Bauen zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Dieses Set und ja, was daraus wird. Und natürlich habe ich mich hier für die ordentlichen VW-Nummernschilder entschieden mit Baujahr 1962 direkt mit drauf. Das Set hier ist ja bei Lego auch so ein richtiger Dauerläufer. Gibt es schon seit ewigen Jahren gefühlt. Und wird immer noch weiter und weiter gebaut. Und das spricht schon dafür, dass es einfach ein tolles Set ist. Hier sieht man auch schon wieder einen Grund, warum. Ich habe hier eine Tür gebaut, inklusive Regal. Das hier deutet an, dass wir Schubladen noch mit eingebaut haben. Also wirklich schön gelöst. Alles mit Standardsteinen. Hier normale Scharniere für die Tür. Und die Tür aus vielen kleinen Teilen gebaut. Damit man auch hier auf die Teilezahl von 1300, was waren es, 34 kommt. Ja, da muss ja schon hier mit kleineren Stücken auch gearbeitet werden. Und nicht mit irgendwelchen großen Steinen, die da dran gepflanscht werden. Und fertig ist das Ganze. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe hier einen Terroristen-VW-Bulli. Schau mal, wie viele Waffen da dabei sind. Ist ja irre, oder? Ich bin mal gespannt, wo die hinkommen. Naja gut, Spaß beiseite. Ich brauche hier einen Türgriff, der hier noch an die Tür dran kommt. Und das ist ein Teil aus diesem Bogen. Nämlich dieses hier. Und ja, da läpp ihn immer, wenn ein Teil gebraucht wird aus so einer ganzen Standsreihe hier. So ein ganzes Set mitschickt. Dann, ja, haben wir noch hier ein Maschinengewehr, ein Blaster und noch ein Blaster mit dabei. Man weiß ja nicht, wofür man es brauchen kann. Man könnte ja hier auch den VW-Buss aus Zurück in die Zukunft nachbauen. Wisst ihr noch, die Terroristen, die auf Doc Brown geschossen haben, dann können wir das Teil natürlich brauchen. Also, ich vermute mal, wir haben hier drei Türgriffe. Eins, zwei, drei und neun Waffen. Jawohl, ich bin gespannt. Weiter geht's. Ja, da ist Lappin schon richtig eigen, dass die immer, ich weiß nicht, hier haben keine Leute, die das rausdrehen können. Ich dachte, Arbeitskraft in China ist so günstig. Naja, egal, auf jeden Fall, ich habe den Türgriff ohne Waffen jetzt mal hier verbaut. Wir können die Tür auch wunderbar öffnen. Sie schwingt auf, ermöglicht den Blick ins Innere. Da sehen wir dann schon einen Schrank. Ich weiß gar nicht, ob es ein Kühlschrank sein soll. Und natürlich unser Regal, das wir schon hier vorher gesehen haben. Ja, und von oben sieht das Ganze dann schon mal so aus. Die Inneneinrichtung nimmt langsam Formen an und wird jetzt auch noch weiter ausgebaut. Es kommen schon mal die ersten Sitze rein. Auch echt schön gemacht, muss ich sagen. Die Kombination hier mit diesem Dunkelrot und dem Blau sieht einfach nett aus. Haben sie schön gemacht. Natürlich die Leute von Lego. Lappin hat ja hier nur geklaut, sich inspirieren lassen, wenn man es ganz nett ausdrückt. Inklusive Gaspedal hier unten. Also, ja, also Lego hat das wirklich sehr, sehr schön designt. Ist ein tolles Set und Lappin hat es nett nachgebaut. Die Sitze kann man auch nach vorne klappen. Hier unten, habe ich euch vorhin schon gezeigt, diese Kugelgelenke oder wie man es nennen soll, diese Scharnierlösung mit diesen Armen, wird das befestigt. Und man kann dann auch eine schöne Liegefläche bauen. Ist ja schließlich ein Campingbus. Da muss man ja auch irgendwo schlafen können. Also, hier wurde an alles gedacht. Und ich denke, jetzt geht es auch mal gleich schon mal weiter hier im Bau. Denn es fehlt noch eine ganze Menge. Ihr seht, da liegen noch viele, viele Teile. Ich habe mich schon in Latte Macchiato reingekippt, damit es weitergeht. Und wir haben gebaut eine Lampe, einen Tisch, der natürlich nach unten geklappt werden kann, inklusive schönem grünen, was ist das, Weinglas. Ja, also, mal wieder nach oben klappen. So funktioniert es. Die ganzen Stühle hier ausrichten. Und fertig ist ein recht wohnlicher, kleiner Innenraum schon mal. Und wir haben auch hier vorne weiter gebaut. Ihr seht, wir haben nicht nur das Gaspedal, wir haben auch die Bremse und hier die Schaltung. Richtig schön klassisch mit einem ganz, ganz langen Stiel dran. Schöne Sache. Auch vorne haben wir jetzt den Stoßfänger mit verbaut. Und ja, man sieht schon, da wird noch was angeflanscht vorne dran. Auch hier wieder unsere dritte, ich sag mal, unser dritter Türgriff, unser dritter Pistolentürgriff. Und ja, innen drin sieht man da noch nicht allzu viel. Das ist der Überblick. Und der Bau geht dann direkt weiter. Und ja, ihr seht schon, ich baue hier gerade noch mal die vordere Sitzbank zusammen. Es macht wirklich sehr viel Spaß. Kann ich euch so geben, ganz unverholt. Lenkrad haben wir eingebaut. Es ist ein Set, das einfach Freude macht, dass man da zuschaut beim Selbstzusammenbauen, wie das hier immer, immer schöner wird. Also echt ein klasse Set. Wenn ihr noch was sucht, hier so im Autobereich, den Bulli kann ich euch total empfehlen. Schon mal so ein kleines Zwischenfazit. Hier seht ihr noch was vom Innenraum. Ich habe mir noch was aufgebracht. Das ist ein erster Sticker. Und ja, sieht aus wie so eine Schranktür, die man hier noch mal aufmachen kann. Und wir haben hier noch einen zweiten Sticker. Das ist, ja, was ist denn das? Das soll, glaube ich, ein T-Shirt sein, das hier hängt. Make Lego Models, not war. Nette Details, oder? Stickermäßig sieht es auch gut aus. Alles recht sauber ausgestanzt. Farbe passt. Lässt sich gut kleben. Wunderbar. Dann haben wir hier noch mal eine Pfanne, eine Haarbürste und ja, die Spüle. Das war also hier der Spülschrank, den wir eben gebaut hatten, wo ich mir nicht ganz sicher war. Und ja, innenraumäßig sieht die Hütte langsam schon richtig voll aus. Deswegen bauen wir jetzt hier mal die Fenster dran und die haben auch was richtig Schönes, nämlich Vorhänge. Schaut euch das an. Die Außenfront, die Vorhänge hängen innen und wir haben hier mit diesen weißen Slopes dann diese A, B, C, D, keine Ahnung wie viele Säulen. Er hat auf jeden Fall diesen Außenbereich gebaut und die Vorhänge finde ich echt klasse. Die sind mal richtig schön. Werden einfach nur hier so drüber gehängt, hängen da ganz locker drin in diesem tollen, ja, was ist denn das? Rustikal 60er, 70er Jahre Retro-Muster. Also sehr schöne Lösung hier. Ja, und ich baue nochmal eine Runde weiter, denn die zweite Seite braucht ja auch nochmal ihre Fenster, denn das ist ja rundum verglast. Wir wollen ja hier eine schöne Aussicht haben in unserem Campingbus T1 oder dem Bulli, wie man ihn nennt. Ja, und hier seht ihr, so sieht es aus, wenn diese Slopes noch nicht angebracht sind. Und da haben wir an der Seite hier diese Noppensteine und, ach ja, hier drin, da hängt jetzt noch ein schönes Surfer-Bild. Yeah, Surfer-Dude, Bulli, passt natürlich. Ja, hinten haben wir dann auch nochmal die Heckscheiben eingebaut. Ja, läppintypisch, ordentlich vermackt und verkratzt. Das bekommen sie ja einfach nie hin, diese Glasig-Teile mal ordentlich zu machen. Also, sieht durchaus so aus, als wäre der schon 40, 50 Jahre alt. Die bollern die Dinger ja irgendwie aus der Maschine raus, irgendwo in den Bottich rein, alles wird verkratzt, der Transport tut sein Übriges. Naja, egal. Damit muss man leben, wenn man es von Leppin kauft oder generell von den China-Herstellern. Die klaren Teile bekommen die einfach nicht sauber hin, beziehungsweise vielleicht bekommen sie die hin, aber im weiteren Prozess werden die immer wieder verhunzt. So, jetzt haben wir hier die vordere Tür auch komplett fertig, inklusive Scheibe und Rückspiegel, könnt ihr hier durch die Scheibe sehen und das Armaturenbrett ist drin. Ja, wunderbar, das sind übrigens bedruckte Teile hier. Dieser große Anzeiger, Drehzahlmesser wahrscheinlich, nein, der Drehzahlmesser ist links, aber das große, der Tarometer, der irgendwie verdächtig nach einer Uhr aussieht. Oder war das vielleicht früher eine Uhr? Weiß gar nicht. Ich habe hier in so einem Bus drin gesessen und ja, hier so ein typischer Parabol-Spiegel, so ein kleiner, der dann den Rückspiegel darstellt. Und hier haben wir vorne auch schon die Mittelscheibe drin. Hm, also da fehlt noch ein bisschen was. Die richtigen Scheiben, die kommen noch dazu, aber zuerst bauen wir hier mal ein Stück vom Dach zusammen, denn das Dach hat noch ein ganz besonderes Feature. Aber zuerst seht ihr, dass hier die vorderen Scheiben drin sind und die sehen vom Kratzerzustand etwas besser aus wie die hinteren und lassen sich auch nach vorne klappen, einfach damit man die Schräge hinbekommt. Und das erste Teil vom Dach habe ich auch schon drauf gesetzt. Das ganze Dach oder die ganze Dachkonstruktion ist dreiteilig und das hier ist der besondere Teil. Das ist der mittlere Teil, denn wir haben ja einen Campingbus und da muss man sich ja irgendwie auch mal hinstellen können, denn so groß waren die Teile ja gar nicht. Und das hier ist dieser Mechanismus. Also man kann das später nach oben klappen. Allerdings muss ich sagen, ich habe mich hier ja mal schön verbaut am Anfang, denn das hat nicht richtig gepasst bei der Seite 67. Ich konnte das Ding gar nicht richtig runterfahren. Habe ich dann später aber erst gemerkt und ja, ihr seht, ich fummel hier munter an der Konstruktion dran rum, bis ich es dann richtig gehabt habe. Und dann kann man auch hier wunderbar das Dach nach oben ausfahren und hat dann im Innenraum, rein theoretisch, wenn da keine Platte drunter wäre, natürlich genug Platz, um sich mal hinzustellen zum Kochen und um es richtig schön gemütlich zu haben. Finde ich schön, wie sie das gelöst haben. Echt, echt schön. Also das ist mal wieder Liebe zum Detail. Ja, da macht Lego bauen oder Klemmbausteine bauen einfach Spaß, wenn man dann solche Geschichten sieht und es passt einfach. Ganz großartig und ja, das Dach ist fertig. Ich fahre mal hier die mittlere Partie aus. So sieht es dann aus, quasi im geparkten Zustand. Und hinten dran haben wir dann den Gepäckträgerbereich, wo man dann noch einiges draufladen kann. Ist auch ganz nett gebaut mit so ein paar Stangen. Kann man hier schön sehen und mit diesen kleinen Roboterarmen, die da so runtergreifen, damit es irgendwie, keine Ahnung, nach Haltung aussieht. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt das Dach schon mal fertig. Dann fehlt natürlich noch die Front. Die sehen wir hier und wundert euch nicht. Es sieht merkwürdig aus, denn ich Honk habe das Teil falschrum dran gebaut beim ersten Mal. Also ich habe es komplett verdreht und es ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, deswegen zeige ich euch hier schon mal die Teile, die übrig sind. Wir haben wunderbar viele Kleinteilchen übrig und die Vorhänge zum Wechseln und Waschen. Tja, und das Teil hier, wie gesagt, komplett verdreht. Habe ich erst später gemerkt. Wenn man so lange baut, dann wird man irgendwann baublint und so leicht debil, glaube ich, was das angeht. Hier kann man die Dachteile abnehmen. Der Blick in den Innenraum wird gewährt und ja, er hat auch schon seine Räder dran. Hier sieht man es mit solchen unscheinbaren Radkappen. Aber Weißwandreifen, Retro 1A und er fährt schon. So, wunderbar. Jetzt bin ich gleich mal noch so clever und baue das Teil nochmal um, dass es auch richtig drauf sitzt. Und wir machen noch ein Special Feature, nämlich der bekommt eine Beleuchtung. Man kann hier so ein schönes Beleuchtungskit kaufen. Habe ich auch bei AliExpress für ein paar Eurochen geholt. Und damit kann man den echt klasse beleuchten. Scheinwerfer, Innenraum, Rücklichter. Alles all in one mit so einem USB-Anschluss. Da kann man es sehen und ja, ordentlich Verkabelung. Aber bei dem Set hier, habe ich gedacht, lohnt sich das Ganze einfach. Natürlich, bevor es eingebaut wird und man friemelt da ewig lang rum, schaue ich doch erstmal, ob es funktioniert. Und ihr seht, ja, alles leuchtet, alles funktioniert. Verschiedene Farben, weißes Licht, grünes Licht, rotes Licht, orangenes Licht. Und dann wird hier mal eingebaut. Der Einbau, der dauert nicht allzu lange. Ich war jetzt auch clever genug, die Front hier mal richtig draufzusetzen. Habe leider den Sticker beim VW-Logo ein bisschen versaut. Und jetzt machen wir hier mal den Leuchttest. Schaut es euch an. Das sieht super aus. Die Rücklichter sind beleuchtet. Ihr seht schon, der Innenraum strahlt ganz hervorragend. Und auch die Frontlichter sind beleuchtet, inklusive Blinkern. Also, wenn ein Beleuchtungskit irgendwo angebracht war bei einem Auto, dann hier bei dem VW Bulli. Denn das sieht richtig super toll aus. Also, ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr den habt. Egal, ob Original Lego oder Leppin. Besorgt euch sowas hier. Ich verlinke euch alles hier unten in der Videobeschreibung, was ihr braucht. Dieses Leuchtkit, das Leppin-Set oder auch das Original Lego-Set. Ich kann es euch sagen, es macht einen Riesenspaß. Und das Beleuchtungskit hier ist genial. Ihr habt die vorderen Scheinwerfer beleuchtet in einem ganz, ganz tollen Effekt. Und der Einbau, der ist auch nicht wirklich so schwierig. Man muss ein bisschen gucken, wie man die Kabel verlegt. Aber der Effekt, den man hinterher hat und das Wow, wenn man das später einfach im Regal stehen hat und das ist beleuchtet, ist einfach um ein zigfaches größer mit Innenraumbeleuchtung. So, jetzt könnt ihr mal hier reingucken, was ich genau beleuchtet habe. Im Innenraum haben wir oben diese LED-Bar angebracht. Gut, da kann man es sehen, einfach von oben gegengedrückt. Das Kabel ging dann nach hinten in den Wohnbereich rein. Auch da haben wir so eine LED-Bar mit zwei LEDs oben an die Decke einfach dran gepackt. Das Duned-Käbelchen, man sieht es kaum oben. Und ihr habt eine super tolle Beleuchtung. Ich kann mich immer wiederholen, es sieht klasse aus. Also wirklich klasse. Bei dem Set hier macht das total Sinn. Und natürlich dann nochmal die Heckansicht mit den roten Rückleuchten. Also Leute, ein super tolles Set. Ich hatte mega Spaß, das hier zu bauen. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zusehen, wie ich beim Bauen. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.